so herzlich willkommen zu einem weiteren video von fasbophobia heute haben wir mal jemand zusätzlichen dabei sakito und spieler so zu dritt zum ersten mal nicht gar nicht wahr wir haben damals so mich ganz ganz am anfang haben wir auch mal zu dritt gespielt ja jetzt mal wieder und wir gucken mal wie das wird ob wir sakito direkt dem geist zum pass vorwerfen wird immerhin für mich nicht okay wenn ihr alle bereit seid können wir ja ich war bereiten dann habe ich was gemacht ja beim schwierigkeitsgrad wenn man den anderen geht das wieder weg so ist das okay sakito ist sehr schnell normalerweise immer längst lexi ist da noch ein spezialfall so sollen wir den foto vom geist brauchen zeuge eines geister ereignisses und ja wer hat einer jagd mit euch das städtchen diese tollen aufgaben aber zum glück machen wir heute keine challenge deshalb ist das ja vollkommen okay so ja so braucht dann jetzt müssen wir können wir natürlich nicht automatisch unser übliches system hat schon gemerkt aber die kamera kann jeder nehmen theoretisch sakito was hast du dir was was nimmst du als erstes mit ich nehme normal immer temperaturmesser mit aber haben wir ihr auch noch drei ja dann nehme ich neben wmf mit ihr genau eben öffne mich ja auch mit das ist ja und kameran waschen lampe standard genau das passt so taschen habe ich ja noch mal ist man nachher schneller fertig dann aber erst mal finden richtig schneller fertig oder schneller tot das sind so die haben jetzt ja keine nein ich wollte gerade sagen wieso ist das so dunkel aber ich könnte auch mal nicht das schon machen wenn wir zählen strom hat man schon an ok strom war an denk schon sie zumindest der leuchte zumindest grün der kasten ja ist an ich weiß es gar nicht hatten ich dachte ich hätte noch ausgestellt oder ist oder gibt es auch eine zufalls variante dann steht da vielleicht da auch bestimmt keine ahnung wir haben besprungskreis und keller cool ja das ist gut finde sie mir klar ja ich will ich gehe da nicht geht da nur im haus das notfall dran ich habe hier nichts gehört also das sabotage solange es zu sorgen ist kein geist in deiner wohnung ist es alles gut ich weiß noch nicht heute mal julie alexander julie alexander die wir uns ein zeichen klar was sagen die temperaturen doch nichts auffälliges hier ist relativ warm weil die räume aber ja räume sind aber auch schon relativ aufgeheizt jetzt oder er muss ja von anfang an ja stimmt ja stimmt ja die bunds ein zeichen tja hallo julie hallo hallo julie war das richtig ja julie alexander hallo 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 manchmal liegen die aber auch seltsam ich hatte irgendwie mal dass die angeblich in dem babyzimmer soll einer gewesen sein aber da war nirgendwo was vielleicht lag da irgendwo so dass man den gar nicht sehen konnte ja sowas passiert auch schon mal das stimmt gib uns ein zeichen wo bist du julie alexander jetzt wird es auf der kellertreppe plötzlich kalt jetzt haben wir minus 1,2 hier unten also minus das ist sehr schön ja gerade kurz jetzt ist es wieder 2,2 jetzt wieder minus 0,3 aber ich sehe den atem ok ja ok dann ist er hier sehr schön dann lass ich mal die foto operatieren ach die matratze stand doch auch nicht immer so angelegt die lag vorher auf dem boden da sind nur so viele leute hängen geblieben so befreit temperaturen dämon ist auch drin ja 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 das geht und das geschafft irgendwie noch mehr energie zu haben als wir obwohl sie genauso der genannten großen block sind war in der im haus wie wir unfassbar du gehst sparsam mit einer energie um da war auch länger im licht wahrscheinlich im wohnzimmer ja kann sein ich hab da nicht dran gedacht wird auch etwas mehr sanitäts wir bist du hier die macht auch zu wenig lichtern muss man ja ja es ist so stimmt wo bist du bist du alt bist du ein kind was willst du sollen wir gehen bist du hier du musst mit dem rauschen jetzt klarkommen warum ich kann das so ausmachen ja es war gestern so schön mit dem wieso nicht hier ein schuh da liegt ein schuh das ist nicht die schule im flur aber die temperaturen ist immer noch unten was für dinge der stämmer ach so haben wir schon kann man schon genau jörg hatten zu dem muss aber es ist schon ob wir haben ob das auch lief da gerade durch jura ja das war ja das war ja einfach jetzt fliegt oder schweige gegend ja dann haben wir keine gastereignis bisher gehabt ja gut geister ereignis ist natürlich weiß man ja noch was provozieren also gerade eben ist auf jeden fall hinter dir da was vorbeigelaufen das war mir ziemlich noch kurz ja sehr eindeutig ok ja foto vom geist wäre halt könnte man in einem abfuhrstücken geister event und foto vom geist eventuell aber wollten wir dass sie man aber auch lassen ja genau das ist der punkt ja so willst du noch was machen nun frau ja ich dachte ich wollte noch was versuchen mal versuchen zu fotografieren weil jura nicht der der verärgert war wenn man spricht oder war das der uk ist der uk glaube ich wusste nur irgendwas mit y ja war der uk das ist der der box braucht und wenn man den innerhalb von ich glaube zwei metern anspricht oder so dann rastet er aus ja stimmt das ist mir ja auch schon öfters passiert ja anscheinend kann er dann auch sogar sofort jagen das jetzt was gebracht ja wer weiß in der körperlichen gestalt ich habe dort fotografiert ja aber auch noch mal keine gefunden nö ach so ach so dort zu fotografieren ja ja aber noch ein paar euro gemacht dollar oder ja 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 das war ja das war relativ unspektakulär ja ja da würde ich sagen wenn ich immer spektakulär sein ne das nicht aber vielleicht können wir trotzdem noch ein bisschen irgendwo anziehen das kann man zum beispiel auch mal tun klar boah boah ähm ja was 4 dollar für fotos ernsthaft jetzt ja aber ne krass so viel zahlt die schon für die entwicklung als fotograf verdienst du einfach nix ne das sag ich dir äh der knochen war anscheinend im jungen schlafzimmer ich bin ich ne ich auch nicht ich auch nicht das war ja eine gute arbeitsaufteilung so warte jetzt werde ich mal eben den geist noch ein bisschen pimpen ähm wir machen wir machen moment ich war spieler geist äh häufig geht es herumwandern ist es nicht aber wir machen die menge an häufigkeit der geister ereignisse machen wir mal auf mittel ich finde es aber schon irgendwie cool ich finde den geist so ich glaube das hat den modifikator ein bisschen runter oder ja tut es aber mal 6,0 und 5,9 ich glaube das können wir verkraften ich bin normal mit 2,7 oder so äh ja ok ähm jetzt muss ich nur eben das mit der sicherung sicherungskasten zu beginn war tatsächlich an jetzt sind wir wieder auf 6,9 weil ich ihn jetzt ausgemacht habe so ja genau dann passt es doch mhm ok dann ähm gehen wir erstmal machen wir erstmal noch ein normales häuschen vor aber vielleicht dann mal was anderes heftig ist echt ok oder willst du direkt die irrenanstalt ist egal ach komm ja komm machen wir direkt die irrenanstalt die ganze oder die zu dritt könnten wir natürlich die komplette machen oder ich bin nur noch nie angeguckt wahrscheinlich verlaube ich mich und komm nicht mehr raus ja eigentlich ist hier gar nicht ähm wenn man sich mach 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 mal die kleine oder ich glaube die ist gar nicht so unlogisch ja ne die ist äh man kann sich fast gar nicht verlaufen da das ist ähm irgendwas findet man den ausgang wenn man sich die karte mal anschaut dann ist das immer nur ein langer gang oben wie unten wenn man die mal dabei hätte das verpasst ja das stimmt aber wir machen erstmal restriktet und dann können wir vielleicht kommen wir später man sehen ob man die ganze machen ja ansonsten haben wir alles dann let's go ja aber das ist ja das was mir auch einmal passiert ist dass ich alle aufgaben beim bei der challenge erfüllt hatte und dann zeigt er sich einfach nicht es ist sehr ärgerlich ja aber wenn ich das noch mal versuche dann mache ich das mit mittags das würde ich jetzt abends mache ich das nicht so jetzt was dabei auf euch warten hier sind doch schon da ich bin zumindest ich bin mal nicht letzte ich sag ja normal dauert das bei mir was länger vielleicht weil ich eben die karte schon mal kurz geladen hat um den tun ich hatte die dann noch irgendwie im sprecher oder wahrscheinlich wahrscheinlich guter trick ich habe noch mal das standard besteck du hast das standard bestecken wo ist denn die sicherung wo das sehen heute am eingang ist es aber glaube ich der bestätigte das stimmt stimmt ja wahrscheinlich sonst zu kompliziert okay dann würde ich ja gut du gehst wieder mit mit thermometer ein dann können dann mache ich auch noch mal imf und das und wollte ich denn noch was mit dem wasser und fotoapparat also ich finde hier vorne schon sehr kalt aber ist natürlich die frage ob es einfach nur noch nicht aufgeheizt genug ist ich glaube das dauert nur moment ein brett wo bist du mal die mail war und bei female bass und bei so über soll das hier das schlimme ich weiß ich weiß doch gar nicht wo die räume hier alle sind ja dann tschüss dann hört sich zu tschüss zu scheiße 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 ist ja so ich Vielen Dank. Gibt es was Neues? Kriegt er nicht mit, ob er aufgehört hat, zu jagen? Jo. Ich schätze mal, es dürfte ein Killer sein. Es ist 40. Was macht unsere? 80. Okay. Ich habe einen Brustkorb. Ich habe 77, ja gut. Wo ist jetzt der Weiber? Das Problem ist, dass es ja eigentlich nirgendwo steht, wie die ganzen Räume eigentlich heißen. Ja, deshalb, ich finde das, das Uja-Brett in der Anstalt finde ich sehr schwierig, weil ich überhaupt nicht wüsste, wo ich danach suchen soll. Oh, warte, hier steht ja was. Hier hängt eine Karte an der Wand. Oh, okay. Habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, Mann, hier ist das normales Zimmer. Nummer 44. Das ist vom Eingang rechts rum. Relativ am Ende einer von den kleinen Räumen. Ich nehme mal schon mal eine Kamera mit. Ähm, dann bin ich gerade wohl in die Richtung unterwegs. Ja, hier ist ein, hier ist ein. Ja. Er schmeißt die Einheit durch die Gegend. Wir haben Gefriert-Temperaturen. Je. Das ist ein Dämon. Was? Uff, haben wir einen leichten Hauch bekommen. Ah. Einen von der etwas gröberen Zut. Wo? Rechtsrum? Und dann? Dann muss ganz hinten durch und dann nach links einer von den kleinen. Hinter einem querstehenden Regal ist es. Aber ich bin ja noch drin im Raum. Ihr seht mich dann ja. Dort hast du mitgenommen, oder? Dort schon kann man nicht mitgenommen. Okay, in dem Raum. Höchstens sehr einladender Raum. Das ist sehr schön hier. Sehr wohnlich. Ja, ist ja ganz toll. Das ist ein Weiberflug. Nein, ich weiß ja nicht. Ja gut, es sind keine Urinale hier. Ah. Oh. Das war ja nur. Ich bin mein Fotoberat nicht mehr dabei. Die Hutz. Da habe ich verzichtet. Ja, ich habe meinen schon dabei. Ja, genau. Aber es ging, glaube ich, nur noch schmutziges Wasser. Genau. Ich glaube, Interaktion kriegen wir jetzt nicht mehr aufs Foto dann. Aber ist egal. So, ja, ein Kreuz würde sinnvoll, oder wolltest du das bei dir bieten? Nee, ich glaube, ich habe voll zu tun. Gut, okay. Ja. Oh, du bist bei 48. Er saugt ganz schön. Ich? Ja, du bist bei. Ja, wahrscheinlich durch den Hauch eben. Und. Der Kito ist bei 63. Immer 71. Aber ihr habt ja alle noch Pillen. Jojo. Ich habe mal die Box mit. Und. Ein Leuchtstab. Okay. Ihr habt die Aufgaben noch nie angeguckt. Ich auch nicht. Oh je. Ich auch nicht. Jetzt saßen sie nicht alleine hier drin. Ja. So, EMF-Beweis haben wir schon eine Aufgabe erfüllt. Dann Bewegungssensor ist nur. Und entkommen im Geist wird eine Jagd. Ja, warum haben wir das nicht geschafft? Abschnexy. Ich glaube, das zählt bei verfluchten Jagd nicht. Ja, kann sein. Oder. Ja. Ich glaube, entkommen ist aber auch nicht überleben. Das ist auch noch ein Unterschied. Du musst dann, glaube ich, tatsächlich vor dem Weglaufen, glaube ich, vor entkommen. Vermutlich. Ja, genau. Das kann sein, dass er ja in einem bestimmten Bereich. Bist du hier? Zu einem sein muss, dass er wirklich einen schon auf den Kicker hat. Was willst du? So, dann nimm ich mal Salz mit. Du hast ja schon einen... Bist du alt. ...Leuchtstab reingepackt. Bist du hier? Oh, ein paar Pillen. Wo bist du? Das möchte er nicht. Nein, ich möchte nicht. Aber ich hasse dieses flackernde Licht, weil ich immer denke, er jagt. Ich sehe noch einen Orb. Dann haben wir noch vier zur Auswahl. Dann haben wir irgendwas nicht... Keine EMF. Keine EMF. Ich gehe hier raus. Okay, ich gehe mit dem Bewegungssensor rein und Salz. Du hast ja den Leuchtschapter hingelegt, nehme ich an. Ja, da liegt er. Ding. Der ruft hier jemanden von der Rezeption, das ist hier wohl nicht zu fassen. Ja, und die Toiletten sind auch nicht ganz sauber. Nee, das ist auch nicht mehr. Ja. Da hat die Putzfrau keine gute Arbeit mehr ist. Also, Orb an die Frieren haben wir, ne? Ja. Hat sich wahrscheinlich gedacht, lohnt sich nicht mehr. Ja. Oder ist beim Putzen vom Geist unterbrochen worden. Das kann auch sein. Und hat dann auch gekündigt. Oder wird jetzt so ein Matsch, der da unten liegt. Ja, oder das. Es ist immer lustig, dass du das machst. Das ist total. Manni. Nun, was? Er macht immer Liegestütze, so sieht es auch nicht. Okay, Fußabdruck haben wir. Okay. Ich hab hier im Flur hier kein Licht mehr an. Der ist gut gemacht. Oh, warte mal. Ich mach mal nochmal an. Hey, Strom ist, glaube ich, noch an, weil sie dir über der Karte ist noch eine Lampe. Ach so. Die erscheint ihr hier im Flug kaputt gemacht zu haben. Das hab ich hier gut gemacht. Ja, stimmt. So ein Bewegungssender ist dran. Ja, das war wahrscheinlich gewesen. Ja. Ja. Okay. Bei 50? Ich bin nicht so begeistert, jetzt nochmal reinzugehen. Da verstehe ich. Bei 50 wird es natürlich kritisch. Was? Klopfen an der Wand, so hört sich das an. Das ist auch, dass eine Wand klopft. Das ist neu. Das ist auch schwierig, Fingerabdrücke zu sehen, oder so. Nein, nein, das kann er denn überhaupt noch. MF kann er nicht. Nein, das ist das einzige, was mir gefällt. Ja, okay. Kann aber alles noch. Also außer im FK. Ich weiß auch nicht, ob der überhaupt schon mal eine Tür angepackt hat. Aber das war nur ein... War nur... eine Blähung. Ich geh mal aus. Warum? Achso, warum hab ich den... Warum hab ich den... meinen Foto-Part lasse ich aber drin. Ich vermute ja fast, dass er Fingerabdrücke hat. Ja, aber gesehen, hab ich absolut gar nichts. Aber da ist auch wenig, was der irgendwie anfasst. Nur die Tür. Aber... Oh, jetzt piept's damit. An der Tür war nix. Und dem piept's wohl. Aber Tür war jetzt eigentlich... Hat der was am Buch gemacht, gerade? Ja, genau, dass er piept ist. Ja, er hat ins Buch geschrieben. Na, okay. Ich hab grad gesehen, wie er da drin rumgeblättert hat. Und wo hab ich jetzt... Ein Revenant. Da, mein Foto-Part. Ja, das ist ja fun. Hab ich denn jetzt das Buch fotografiert, oder hab ich ein... Ja. Ja, manchmal hat man da ja doch eine Interaktion oder so. Und dann hat man das Buch gar nicht fotografiert. Sehen kann man auch nix, außer Schwärze. Ja, nee. Ah, da hat etwas ins Buch geschrieben, ja. Ja, das ist ja... Das ist Druckerschwärze. Und... Ja, ist mit ihm... Entkommen, lasse ich jetzt mal. Komisch. Machst du doch so ein Zimmer. Ja. Ich bin ja eben eigentlich quasi entkommen. Aber gut, ich hab mich noch versteckt. Ja. Ja, ich glaub, wie gesagt, das ist, glaub ich, das Problem. Er... Er muss dich schon im Visier haben, damit das als eine Jagd gilt. Und nicht einfach irgendwo... Abhängen. Ich denk mal, der muss wahrscheinlich diesen Wegpunkt zu dir gesetzt haben und schon ein Weg zu dir sein oder so. Genau, sowas. So, ja gut. Dann haben wir wieder eine Mission erfolgreich abgeschlossen. War der eingedrangen? Äh, ich nicht. Dann meine Pappen einmal. Ja, ne? Also, ich hab's von. Gut, dann fahren wir. Cool. Ja. Ich muss die Geräusche nicht wissen. Ja, ich jetzt ist. Er ist zusammenrechnet, ne? Ah, das gibt ja ordentlich XP. Yay. Yay. Ich glaub, ich hab vier oder fünf Level gemacht. Ja, ja. Boah, das war ja so heftig bei der Challenge. Die hörte gar nicht mehr auf zu leveln, als ich die geschafft hatte. Du guckst die ganze Zeit da drauf immer. Kling, 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 kling. Na so weitermann holt er mich nur ein. Ja. Das wird passieren. Hm, hm. Doch. Hm, hm. Guck mal, ich bin jetzt schon auf nur noch 80 hinter dir. Ich war schon 100 hinter dir. Ja. So. Ja. Dann haben wir jetzt mal die erste Sakito-Folge hinter uns. Und wenn euch dieses gefallen haben sollte, dann lasst es Daumen nach oben da und schaut auch nächstes Mal wieder zu. Dann wieder mit Sakito. Weil wir jetzt noch ein paar Folgen, mal gucken, wie viele am Stück drehen. Und ja, bis dahin sagen wir, ciao, ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017